Hallihallo, ich habe hier eine neue Datei eingelegt, nämlich hier eine index.html. Das ist eine ganz einfache Datei, die öffne ich ja mal mit dem Editor, dann sehen wir hier, das ist einfach nur eine Datei, in der Hallo sozusagen drin steht, in FET für einen Internetbrowser. Gut, und die wollen wir jetzt natürlich wieder adden, das geht nochmal hier mit git add, dann könnten wir die Datei hier angeben oder wir machen einfach minus minus all, auf die Art und Weise werden alle Dateien, in denen Änderungen sind, sozusagen vorbereitet für den commit und dann kann ich hier sagen, git commit minus m und dann zum Beispiel die erste index.html-Version. So, dann wurde das committed und wir haben hier das Ganze drin. Das Schöne von git ist, dass da auch einige zusätzliche Tools mitgeliefert werden, zum Beispiel git div. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier wieder das Ganze ein bisschen ändere und zwar so und da statt ein Hallo und Hallihallo draus mache, dann kann ich mit git div rausfinden, was sich seit dem letzten Commit eigentlich alles geändert hat. Mit git div und dann index.html. So, dann sehen wir hier, okay, das ist hier die bisherige Datei im Prinzip, beziehungsweise da das, was drumherum ist, um das, was sich eigentlich geändert hat, da zeigt es also immer noch ein paar Zeilen davor und danach an. Also, in dem Fall ist es fast die ganze Datei, da würde jetzt hier noch HTML eigentlich fehlen, aber das hat er hier jetzt nicht geprintet, weil es zu weit weg von der Änderung ist und damit dann uninteressant wird. Und wir sehen hier, okay, die Zeile Hallo, die ist rausgefallen und wir haben eine neue Zeile reinbekommen, nämlich Hallihallo. So, auf die Art und Weise wird das Ganze hier dann mit git div angezeigt. Das ist zugegeben ein bisschen unleserlich für einen Menschen, aber sehr, sehr schön lesbar für Maschinen. Und da kommen dann die ganzen grafischen Benutzeroberflächen für Git wirklich zum Tragen. Also, zum Beispiel mit Tortoise-Git könnte man hier das Div auch anzeigen. Wollte ich eigentlich bisher nicht machen, aber jetzt, komm, warum nicht? Hier einfach Rechtsklick drauf machen, Tortoise-Git und dann Div. Dann zeige ich euch das auch noch kurz. Dann sehen wir hier sozusagen die alte Version und hier die neue Version und wir sehen hier, weil es eben in orange ist und hier gelb, dass diese Zeile geändert wurde. Also, das ist das Div-Tool von Tortoise-Git. Aber ihr könnt auch andere Tools benutzen, wie zum Beispiel Git-Source-Tree und es gibt auch noch einige andere. Gut.